In diesem Teil werde ich vier Wörter oder Namen aus dem OERA-Länderbuch näher betrachten, die auch von Johann Oldenkamp besprochen oder erwähnt wurden. Vralda oder Uralda, Irta, Dänemarka und Krekerlanda. Sehen und hören wir zunächst aber, was Johann in seinem Video gesagt hat. Vries ist es Erde, in Nenlands ist es Aarde, in Duits ist es Erde und in Engels ist es Earth. Dus das geht hierover, das planeet woran wir uns auf beginnen. Und Dänemarken, ja, de marken van allemaal dennen, dennenbomen, daar komt het woord Denemarken vandaan, althans volgens het OERA-Lindenboek. Krekerland is in ieder geval duidelijk, want Krekerland komt van Krukaland, oftewel Kruikenland. Inderdaad zeggen we Krichenland, maar het is hetzelfde woord, kruiken. Dus een kruik is Krieg en het eindelijk krieg. In seinem Video sagt Johann, dass Vralda Welt bedeutet. In seinem Buch schlägt er auch vor, dass es vom friesischen Virolie abgeleitet sein könnte, was Virolen bedeutet, weil unser Planet um die Sonne rollt. Das ist ein kreativer Fund und vielleicht als Scherz gemeint. Im Originaltext wird das Wort aber fast immer mit einem Punkt zwischen UR und ALTER getrennt. V, V bzw. UUR, VR oder UR wird im Text oft für OVER verwendet, das auch als WR oder VR mit nur einem V abgekürzt wird. Im Niederländischen und Deutschen sagen wir noch UR für ursprünglich oder uralt. Das wird im Deutschen und Niederländischen unterschiedlich geschrieben, aber gleich ausgesprochen. Beachten Sie die Varianten TER-OVER und TER-UR. Beide mit WR und mit VR sowie OVER-Scriver und UR-Scriver. Dies zeigt, dass das WR für über steht, aber wir werden sehen, dass dies auch explizit geklärt wird. Schauen wir uns zunächst den zweiten Teil des Wortes an, ALDER. Dies bedeutet ALT oder das ALTE. Niederländisch ODE. Deutsch ALTE, Friesisch ALDE. Beachten Sie, dass nur im Niederländischen das L verschwunden ist. Nun bestätigt dieses Fragment die Bedeutung, wie ich sie erklärt habe. Siehe, Blatt 98, Zeile 7. Vralda ist das Alleralteste, jeffte Auferalteste. Vralda ist das Älteste, wörtlich das Älteste von allem, oder das Ursprüngliche, wörtlich das Überälteste. Im Buch von Harm Menkens steht dort als Übersetzung das Alleralteste. In welchem Zusammenhang wird dieses Wort also verwendet? Es ist tatsächlich eines der wichtigsten Wörter der Oralender Handschriften, aber ich werde hier nicht zu viel darüber sagen. Es wird manchmal für das verwendet, was wir als Welt verstehen, aber viel wichtiger ist die Verwendung als Name für das, was viele Menschen Gott nennen würden. Ich möchte hier nicht versuchen, eine Definition zu geben. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann schlage ich vor, dass Sie eine der vorhandenen Übersetzungen der Oralender Handschriften lesen oder auf meine neue englische Übersetzung warten, die hoffentlich noch in diesem Jahr gedruckt wird. Vielleicht mache ich später auch noch ein Video zu diesem Thema. Es gibt einige interessante Fragen, die wir stellen können. Zum Beispiel, warum wird die Welt in der christlichen Tradition dämonisiert? Zum Beispiel in diesen drei Fragmenten des Neuen Testaments. Korinther, Kapitel 4, Vers 4 Bei welchen der Gott dieser Welt der ungläubigen Sinn verblendet hat. 1. Buch Johannes, Kapitel 2, Vers 15 Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Jakobus, Kapitel 4, Vers 4 Wer der Weltfreund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und die Welt ist auch Teil der Dreifaltigkeit des Bösen oder der Feinde der Seele, neben dem Fleisch und dem Teufel. Eine weitere Sache, die ich über Vralda erwähnen möchte, ist, dass dieses Wort der Ursprung eines oder mehrerer vorislamischer arabischer Götter gewesen sein könnte. Orotalt. Das war auch das arabische Äquivalent zu Dionysus, laut Herodot. Oder Rul-Daiyu, oder Rudar, aus Inschriften, die auf das 7. Jahrhundert vor Christus datiert werden und im heutigen Irak gefunden wurden. Es kann noch viel mehr gefunden werden, wenn wir mal anfangen, danach zu suchen. Wir fahren mit Jirta fort. Johann erwähnte kurz, dass dieses Wort für unseren Planeten Erde oder Terra verwendet wird. Ich möchte dem hinzufügen, dass das Wort in den Oralinder-Handschriften auch für Erde, in der Bedeutung von Boden, sowie für Erz verwendet wird. Lesen wir drei Fragmente, um dies zu veranschaulichen. Siehe, Blatt 10, Zeile 14. Als er das Terra um Jirta umschwimmen, Wie die Sterne die Erde umschwärmen Blatt 116, Zeile 19 In den hohen Ländern wurden sie durch die Erde, in den niedrigen Ländern durch das Wasser beschädigt. Bei Harmenkens finden wir folgende Übersetzung. In den Hochlanden wurden sie durch Erdbeben, in den Tannenländern durch Wasser zerstört. Hinweis, auch Harmenkens übersetzt, genau wie Johann Oldenkamp, hier das Wort Däne mit Tannen, obwohl es ja im Buch nirgends im Zusammenhang mit einem Baum verwendet wird. Er übersieht die Gegensatzpaare, hoch im Gegensatz zu niedrig und Erde im Gegensatz zu Wasser. Blatt 109, Zeile 13 Dort graben sie Eisenerz, aus dem sie Eisen machen. Und bei Harmenkens finden wir, Dort graben sie Eisenerde, woraus sie Eisen machen. Als nächstes Däne in Dänemarka. Johann schlug vor, dass es sich auf Tannenbäume bezieht, die im modernen Niederländisch Dänen oder im Deutschen Tannen genannt werden. Wenn man sich die verschiedenen Schreibweisen des Wortes ansieht, sieht man, dass es meistens mit einem N und immer mit dem betonten E geschrieben wird. Dieses Wort oder etwas ähnliches wird im Buch nirgends im Zusammenhang mit einem Baum verwendet. Aber es scheint niedrig zu bedeuten, wie in diesem Fragment. Blatt 116, Zeile 19 In den hohen Ländern wurden sie beschädigt durch Erde, in den niedrigen Ländern durch Wasser. Das ist das gleiche Fragment, das ich hier in der vorigen Folie verwendet habe. Dies wird von altfriesischen Wörterbüchern bestätigt. Däne bedeutet neder oder nieder oder niedrig. Hier ist ein weiteres Fragment, in dem Däne-Marka erwähnt wird, kurz darauf gefolgt von Haga-Marka, niedrige Marken versus hohe Marken. Blatt 48, Zeile 3 Gegenüber den Dänen oder Niedermarken und dem Jutta-Land oder Land der Strandräuber hatten wir Kolonien mit einer Burgmarkt. Und bei Hermenckens finden wir Gegenüber den Dänen-Marken und dem Jutta-Land hatten wir Volksniederlassungen mit einer Burgfrau. Dann kurz danach gefolgt von Blatt 49, Zeile 4 Diejenigen, die in den Hochmarken lebten, die an die Twisk-Länder grenzen, wurden Sachsmänner genannt. Und die Übersetzung von Hermenckens lautet Diejenigen, die in den Hohenmarken saßen, welche an die Twisk-Lande grenzen, werden Sachsmannen geheißen. Es würde Sinn machen, wenn das altfriesische Wort Däne mit dem englischen Wort Daun verwandt ist. Daun scheint von Düne abgeleitet zu sein. Wer weiß das schon? Etymologen haben selbst noch viele Fragen. Das Wort Düne wird nur einmal in den OLH verwendet, im Namen Düne-Rose, geschrieben D-U-N. Aber es gibt eine große Vielfalt an Schreibweisen in dem Manuskript. Es ist also immer noch möglich, dass Düne und Däne ursprünglich verwandt oder dasselbe waren. Zum Schluss schauen wir uns noch Krekerland an. Kreker wird nur einmal anders geschrieben, mit einem E am Ende, immer mit einem betonten E. Es wird unterschieden zwischen dem Heinde oder Nahen Krekerlande, das muss mehr oder weniger das heute Italien sein, was aus dem Kontext deutlich wird, und dem faire oder fernen Krekerlande, das muss ungefähr Griechenland gewesen sein. Das Wort Kruk wird einmal für Krug oder Krug verwendet. Hier ist also unser heutiges niederländisches Krug, oder Deutsch Krug, Blatt 149, Zeile 2. Es ist genau wie dein Bierkrug dort drüben. Und hier wieder die Übersetzung von Harmenkens, er ist ebenso bauchig oder ausgebuchtet wie euer Bierkrug dort, Zitat Ende. Und vielleicht hat der Autor mit Krek und Krug einen Wortwitz gemacht. Krek wird im Westfriesischen noch als richtig oder gerade verwendet. An anderer Stelle in den OLH wird auch das Wort Kreg verwendet, und das niederländische Äquivalent dazu ist Kreg, Alt-Nordisch Kriki. Dieses Wort ist verwandt mit Kruk und dem niederländischen Wort Kreg, das im Englischen Kries heißt, und das klingt sehr nach Griechenland. Hier sind die beiden Fragmente. Blatt 85, Zeile 31. Wenn alle Volk mit dem Boot um Land waren, kamen unsere Stürer über die Kriege. Aber als alle seine Leute mit Booten gelandet waren, kamen unsere Seeleute aus der Bucht. Und die Version von Menkens, Aber als alles Volk mit den Booten gelandet war, kamen unsere Seefahrer aus ihrer Bucht heraus. Dann Blatt 87, Zeile 8. Als die Seeleute im Fluss warteten, nannten die Jungfrauen den Fluss Medea-Mai-Lakia nach ihm. Und Hermenckens Übersetzung lautet, Als die Seefahrer in der Bucht lagen, deshalb haben die Meiden die Bucht Medea-Mai-Lakia genannt. Die Schlussfolgerung ist, dass Kreke nicht das niederländische Kruik oder das deutsche Krug bedeutet, sondern das englische Wort Kreek. Interessant ist, dass in der finnischen und estnischen Sprache der Name für Griechenland immer noch derselbe ist, beginnend mit einem K. Kreka oder Finnisch Kraika.